Leute, willkommen zurück! Wir müssen das Fossel der Borde beschützen und wir haben noch 4,54 müssen wir noch beschützen, ja? Jetzt kommen sie aber, jetzt kommen sie aber! Wird gebaut! Twinblade Inspektion abgeschlossen! Wir sind ja schon mal tot, ja? Wille der Sowjetunion! Eine Einheit wird angegriffen! Diese Narren wollen uns trotzen! Vermichtet sie! Stingray! Fessen wir die Systeme! Spulen bereit machen! Elektroden aufladen! Aufladen! Verbindung vorbereiten! Sie verdienen keine Gnade! Sprecht das letzte Gebet! Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Feuer aus allen Rohren! Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Unser Stützpunkt wird angegriffen! Natascha hier! Supermagnetischer Satellit bereit! Wie geht's weiter! Wie geht's weiter! Komplett Inspektion abgeschlossen! Da ist ein Hund! Eine Einheit wird angegriffen! Ich nehme ein paar von euch mit! Datentrasse erläuft! Wirklich ein nettes Labor! Natascha Volkova! Wir folgen Ihnen alle! Wer will Ärger mit mir? Wer will Ärger mit mir? Sanzen wir! Du und ich! Die Inspektion abgeschlossen! Sagen Sie mir wo Sie sind! Suchen wir Ihre Fährte! Fahrtlos durch! Ziel-Balance! Genau! Fahrt ruhig da rein! Ihr dummen Türbel! Wir haben Natascha verloren Nichts zurückhalten Was haben wir denn da? Tätig wegzunehmen Räumen wir auf Feuer aus allen Rohren Alle Waffen bereit machen Feuer aus allen Rohren Wunderbar Die Befälle sind klar Feuer Feuer Da sind sie Feuer Feuer Sprecht das letzte Gebet Wunderbar Unser Stützpunkt wird angegriffen Wird gebaut Wird gebaut Präpariert vaccine korrosion bereit Datentransfer läuft das ist das ist keine Ahnung was das ist das ist feindliche Einheiten entdeckt Leute das ist lachhaft ja bau abgeschlossen ziel wählen lasst sie nicht aus den augen was haben wir denn da unser stützpunkt wird angegriffen ha da sind sie die Befälle sind klar dann los ich bin noch nicht fertig mit dir überlassen sie das mir was soll ich machen bin im Anflug die 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 ... Musik ... 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 ... Inspektion abgeschlossen. ... Musik ... ... Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. ... Musik ... ... Datentransfer läuft noch. Was haben subatomale Partikel mit Waffen zu tun? ... Gebaut. Oh, kann der spawnen, nicht ich? Unfair. Nicht zurückhalten. Was haben wir nicht getan? Alle Waffen bereit machen. Statuieren wir eine Exempel. Feier. Schaltet sie aus. Feier. Ah, ja. Dann los. Wo sind diese Würmer? Den Ming machen das hier, okay? Der gehört mir. Form seid ihr sicher gelbeten? Ach so mit denen fielen die automatisch zurück. Systeme online. Reibt sie auf. Feind gesichtet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Winblade. Alle Waffen beleid machen. Dieses Gebiet gehört uns. Ja, dann luken wir mal, Leute. Warte haben wir's. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Dann gibt's die Anzeige. Cerne. Wonka einsteigt. Das ist das, was wir haben. Wissen. Der Waffen ist über 20.000-Jährigen. Die Waffen haben nicht nur ein Stift. Datentransfer fast abgeschlossen. Theoretisch können wir hier mit riesigen Staubsauger bauen. Bis zum Tod. Das ist noch ne knappe Minute, dann haben wir's. Das war eigentlich gar nicht so schwer. Das sind auch Frauen, ja? Wo ist der Feind? Geht er hier bereit? Keine Gnade. Sonst sind wir. Vernichtet sie. Ha, da sind sie. Geht wieder ne Mengen, die fliegt hier rum, aber macht nix, ja? Das ist ein bisschen scheiße. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mal sehen, was wir können. Wie verlassen sie das hier? Nimm das. Niemand kann uns aufhalten. Du und ich. Nimm das. Schaut hinaus. Steh auf und kämpfe. Bis zum Tod. Steh auf und kämpfe. Bis zum Tod. Wie verlassen sie das mir? Nimm das. Mal sehen, was wir können. Soll ich Sie in der Mitte wieder gehen? Nein. Wir werden vorhin wir mit dem Lehmannsext. Wir werden nicht mehr vertreibt. Wir werden nicht mehr vertreibt. Ich bin aufzog. 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 Die verdammlung macht aber nix, ja? Wir haben sie aufgelöscht Wir, ja, ja Wir brauchen eine Pause Wir haben es geschafft Drei Zwei Eins und Einsatzziel erreicht Ganz nur ein paar Sekunden, Leute Ich habe die Uhr jetzt zurückgesetzt Ich vermute, Glück zu haben Ist einfacher als gut zu sein Lassen wir das, Kumpel Sie wissen nicht, was Sie mit dieser Technologie anstellen sollen Geschafft, Leute So Mein Großvater war ein Kosak Und wir Kosaken sind nicht so leicht zu erledigen Ich bin erfreut, dass Sie wohl auf sind Danke, Dasha Es ist herrlich, am Leben zu sein Ich wollte eben unseren Kommandanten beglückwünschen zu seiner letzten Operation Die Krise ist abgewendet Und die kostbare Waffentechnologie ist jetzt in sowjetischen und damit besseren Händen Ich weiß, Sie müssen sich ausruhen Aber hören Sie Die alliierten Truppen in Europa haben sich zurückgezogen In ihre Luftwaffenbasis in Island Danke, Dasha Es wird Zeit, Europa endlich von den Alliierten zu befreien Sie werden mit allen Mitteln, die Sie haben, Ihre Basis verteidigen Ich schicke Ihnen General Krukow, der Sie unterstützen und Ihnen helfen wird Und während Sie die kapitalistische Bedrohung ein für allemal stoppen, werde ich mit unerbittlicher Härte gegen den inneren Fight vorgehen Okay So, jetzt gucken wir uns mal an Eine Alliierten Die alliierten Europa-Truppen sind in ihrer Luftwaffenbasis auf Island Es ist ihre letzte in Europa Aber sie ist gut bewaffnet und wird abgeschirmt von der gewaltigen Alliierten Luftwaffe Der General trifft in Kürze ein und wird Ihnen Hilfestellung geben Sie können mit Hilfe des Eisernen Vorhangs Ihren Panzerverbänden optimalen Schutz bieten Führen Sie unser Land zum Siegkommandant Die von Essling Airbase ist das letzte wichtige alliierte Ziel in Europa Ihre Zerstörung würde ganz Europa aus dem Würgegriff der Alliierten befreien Ihre Mission ist einfach Finden und zerstören Sie die von Essling Airbase Aufgrund ihrer Wichtigkeit wird General Krukow auch diese Operation vor Ort überwachen Viel Glück, Genosse Kommandant Sie werden es brauchen Sie werden es brauchen Okay, wir gucken uns die Karten ja an Aber spielen wir uns nicht mehr Also wir werden Für den Fall Ja Sie brauchen jede Hilfe, um die Alliierten zu besiegen Diese Extra-Credits ermöglichen Ihnen, schnell eine Armee auszuheben Neues Einsatzziel erhalten Wartum Ich muss die zerstören und die zerstören Okay Boah, was jetzt geht? Guck mal, was ich jetzt Geld habe Alter Wenn das vorbei ist, dann wird Europa ein Teil der Sowjetunion sein Gut, mein Freund, Zeit aufzubrechen, ich halte Ihnen den Rücken frei Okay Okay, ähm Also das ist, hörte ich an, wer ist die letzte Mission Ähm Das ist die letzte Mission, so wie das hier aussieht Aber das, das, ne, das, also Der Alliierten, ja, aber ich glaube, dann geht es mit den Japanern weiter Also die Japaner muss ich dann antreten Naja, okay, egal Äh, wir speichern hier Und machen dann am nächsten Mal weiter Das ist das nächste Mal, nicht vergessen Dann müssen Sie mir mal kommentieren Teil mit mich Abonnieren Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss